Und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ja, ähm, wir spielen heute als Sing It und wir singen dabei nicht, nein, wir sind Chemiker. Und ich würde gleich am Anfang wahrscheinlich ein bisschen Beef im Chat geben, weil die Leute hier absolut, ich weiß nicht, was heute los ist. Akali, Sing Sao und Volibear wollten alle mitte gehen. Dann haben sie sich ewig nicht ausgekriegt, wer mitte ist. Ich habe ganz am Anfang einfach meinen Top reingeschrieben, bin Top gegangen, alles schön. Auf einmal geht Volibear am Ende des Pick-Screens noch auf Top und erzählt mir, was von ich so Supporter gehen, weil er doch jetzt Top geht, weil ich ja nicht gesagt hätte, dass ich Top gehe. Deswegen werde ich jetzt gleich mal im Chat kurz rumbrüllen und dann ist mir das einerlei. Das Gegner-Team hat natürlich ein übelstes OP-Team und wir sind ein bunter zusammengewürfelter Haufen von irgendwelchen Kindern und, ach, was weiß ich. Man braucht echt starke Nerven, beide, starke Nerven. Habe überhaupt die richtige Seiten jetzt dabei, ich hoffe es. So, als erstes Item hole ich mir doch gleich mal den Ruuuuh-Dorans Ring. Ich starte mit Dorans Ring, ne, ich starte Quatsch, ich starte nicht mit Dorans Ring, ich starte mit, äh... Ne, mit der Flasche starte ich nicht, ich starte damit und dann starte ich... Willkommen in der Kluft der Beschwörer. We are the Booby-Team, expect Nocturne, he is only the... I am Top. Your... Mid... Props... Don't... Interest... Me. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versallen. Ich sage Top on Start. Wenn you have... Pick... Props... Go Home. Ja, ja, schon klar. Die Versallen sind erschienen. Ich kann nicht supporten, weil sein Gift absolut sinnlos wäre, weil ich Minions killen würde ohne Ende. So. Mission, 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 schwenken, mission. Ach ja. So... Ja, ja, schon klar. Ja, ja, schon klar. Ja, ja, schon klar. Ja, ja, schon klar. Wir haben ja schon mal mit Singe gespielt. Ihr erinnert euch vielleicht düster dran. Das war ein totales Desaster. Und... Ähm... Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hier besser wird. Komm euch mit. Das ist absolut kein Problem. Folgt mir einfach. Schütteln oder nicht schütteln. Ernsthaft, ich habe einen Kill gekriegt von dem Viecher da gerade. Das ist heftig. Mission, mission, schwenken, mission. So. So. Sehr schön. Ein Schritt voraus, der ist toll für dich. Schon unterwegs. Ist wirklich wunderbar für dich. Aber ich bin eine sehr... Ich bin eine sehr giftige Angelegenheit, meine Damen. So. Das könnte wehtun. Ich bin schon unterwegs. Ich gebe mal gleich back nach dem nich. Hu ma us noch. Mission, mission, schwenken. Ach, lass mich doch in Ruhe. auch mann oder nicht ja gut da gehe ich jetzt weg und holen wir das bei mana einstimmig ist glaube ich wichtig für meinen ich brauche ein saphir kristall genau für diese seite mir leben saphir kristall das ist super und dann hole ich mir gleich noch mal noch ein bisschen mana tränke und dann geht es zurück auf die top im rasanten tempo so gibt stämmer aus wie war ich kenne ich kriege schon klar kaminien kill das ist krass mitsingelt dann gibt es momentan echt noch viel zu schwach versonnen und dies gleich level 5 und dann gleich der 6 und dann war es für mich auch ja ja super so will ich das sehen mein gift natürlich noch verstärkt ein bisschen so ein verbündeter wurde getötet aber mach ruhig weiter mit der komische art zu jetzt sollte ich gehen ich habe das gefühl ich sterbe gleich ich bin sehr kredi mit mit singt kredi 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 ich brauche gleichzeitig leben mana und fähigkeitsstärke am anfang das ist echt krass ich gehe ich gleich tanki und hoffe dass ich damit das habe ich zu spät gesehen jetzt dass die level 6 gegangen ist das war jetzt nicht so dolle das will ich nicht haben ich will dass da ich will hier mischen mischen schwenken stirbt sie stirbt sie kommt schon sagen wir das okay ich will 5 gleich billig level 6 wirklich lauf speed genau oder ja ich kriegst du ziemlich alles dazu singe ja ja schon klar sing mir ein lied so gehen wir hier durch und frauen kurz schon unterwegs na also es funktioniert doch jetzt glaube ich meine ultima kurz zum fahren anzuschmeißen schütteln oder nicht schütteln schon unterwegs so keine ahnung wo die dame ist mission 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 Ein Gegner verfällt in Blutrauschen. Gegnerische Doppeltötung. Tchum, 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 tchum. Das könnte wehtun. So, es gibt noch weiter Strecken. Schütteln oder nicht schütteln? Tchum, tschum. Sehr schön. Ich habe das mit Wayne mal gesehen in einem, in einem Diamond Game. Da hat eine Wayne gegen den Singeln gekämpft. Die Wayne hat keine Chance gehabt. Das war so geil. Na? Wir werden doch jetzt wohl nicht akkusiv, oder wie sehe ich das? ich habe aber kein mahnach mehr das heißt ich muss kurz weggehen ich könnte auch ein wenig hilfe gebrauchen und dann hole ich mir noch leben und maße terminiert und man könnte dann eventuell magie resistenz leben abklingt zeit ja das ist das item für singen würde ich sagen alter setzt doch einfach ein wort bevor du reingehst ist so schwer so alles her ja ja schon klar natürlich habe ich das wieder nicht bekommen so ein bisschen farmen okay hier ist die power of sing So, okay, da ist Kata unterwegs. Die kann anscheinend gerade auch nicht aufgehalten werden. Ich gehe ein bisschen auf AP jetzt, um ein bisschen mehr Schaden zu drücken. Ich glaube, die Fiora kotzt das gerade leicht an, dass sie gekillt wurde. Stört mich aber nicht weiter. So. Go, 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 go. Schütteln oder nicht schütteln. Nehmen wir die Oli wieder zum Farmen. So. Wuuuuh Hat das wieder eine ganz gute Farm eingebracht Sooo, kommt er her 49 Farben, Fiora hat 46, wir haben sie mittlerweile sogar mehr Ich glaube sie kotzt das gerade leicht an Na komm, ruhig drüben wir es mal Nee, es ist gar nicht hier Okay Schütteln oder nicht schütteln Sooo Und dann gehen wir gleich mal weg Bevor sie auf die Idee kommen wieder runter zu kommen Schreibe mal als S, falls doch irgendwas passieren sollte Damit wir nicht dran schuld sind Unsere Ulti ist wieder da Was will man denn mehr Sooo, ähm 25% Lauftempo erhöht sich von Stiefel der Beweglichkeit, das haben wir noch Ionische Stiefel Abkriegzeitverbewegung 75% Lauftempo Ähm, ist natürlich wesentlich besser als das hier gern Den gehe ich mal auf die Ionischen Stiefel Unterwegs Das da hinten sieht böse aus Schütteln oder nicht schütteln Ja, das sieht wirklich böse aus Komm schon Sehr schön Sehr schön Es ist bald soweit Good Job Akadi Und was ist mit mir? Ich habe auch einen guten Job geleistet Fiora versucht meinen Tower grad zu killen Das lasse ich natürlich nicht zu Ja, ja, schon klar Kein Problem, ich bin schon da Ich frage mich zwar, wie es jetzt gerade vergiftet werden konnte Aber anscheinend ging es Ja, ja, schon klar So Ja, ja, schon klar Ich frage mich Ich frage mich Zu mir kommt er anscheinend nicht Ah, der kommt da runter Die perfekte Gelegenheit um Katharina zu killen Go, go, go Komm schon Komm schon Er hat mich aber echt sterben lassen noch dafür, ne Das war jetzt nicht so schön Da habe ich schon bessere Aktionen gesehen von einer Alkaline Vergneter wurde getötet So Komm ich denn immer noch nicht zu meinem Stab Ne, komm ich nicht Was wollte ich mir jetzt hier kaufen Mana, Rüstung Mana, Rüstung Fähigkeitsstärke Abklingzeit Rüstung, Mana, Abklingzeit Fähigkeitsstärke ist natürlich besser Aber es gibt nur 60 Rüstungen Ich würde gerne Full Tank gehen Und deswegen Oh süß, so kann ich mir noch Mana Item holen Es ist bald soweit Und damit die geht's ordentlich ab Meintrum steht als einzigste noch Oh Juin Valley, dead five and eight Hm Wally's up ist eigentlich mega geil, man muss es nur können ein verbündeter wurde getötet es ist bald so weit so, kommt meine Creeps weeeee I dominate this game lasst uns gemeinsam singen das lustige ist, wir haben zwei Creeps nach hinten schade, das hat nicht ganz geklappt da kam noch, ich wäre also komplett nach hinten losgegangen good job top yeah, next time again ja ein verbündeter wurde getötet hab ich kurz ein schluck getrunken ein verbündeter wurde getötet ähm, es hält sich noch in Grenzen mit singen ich habe 1, 3, 3, das ist noch ok das Daube ist aber nicht mehr ok der Tower fällt dann jetzt wohl wir geben natürlich nicht auf, wäre er Schwachsinn ich kann ja nichts dafür, dass die so hart sacken ihr müsst schwenken, Leute der Gegner hat einen Turm zerstört es ist bald so In dem Leben geh ich da bestimmt nicht rein. Das wäre klar der Selbstmord. Aber ich könnte mal Pinguin hier fragen. Leute, interessiert euch das? Ich glaube aber nicht, dass das irgendjemand interessiert. Ich meine, das sind ja nur unsere Türme. Was sollte daran schon so schlimm sein, wenn die fallen? Ja, ja, schon klar. Ich finde, das war gut. Ich komme euch persönlich, mein kleines. Goll, ich habe es echt nicht bekommen. Da habe ich es echt beim Mitglied, aber einfach so. So, go, go, go. Dann habe ich einen Kill getötet. Komm da. Ja, ja, schon klar. Mimimimimi. Miau. Das Gift. Ein Verbündeter wurde geschüttelt. Oder nicht schüttelt. Das Gift. Buden. Auf der Wunnen. Tschüpp, 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 tschüpp. Bei meiner regeneriert sich gerade aber nicht besonders schnell. Hallo. Ich bin giftig. Ja, renn bloß in mein Gift rein. Passt schon. Oh. Das shit's uncool. Hilfe. Hilfe. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war aber knapp jetzt noch. Das hätte unser Allein design können. Oh, oh. Sehr schön. Dann gehe ich jetzt mal leicht tanky. Oder leichtes übertrieben. Untertrieben, der weiß. So, holen wir noch ein bisschen Speed, damit die schnelle Linkdinger herlaufen kann. Und jetzt geht's los. Mit 190 Fähigkeit. Ach, Quatsch. Armor. 2500 Leben. Sieht das doch schon mal ganz tanky aus. Ja, schon klar. So, Hallöchen, der Herr. Schon unterwegs. Hey, Katharina. Oder hier noch Türen. Hallo. Na, ihr Guten. Wie sieht's aus? Bock, komm mal zu uns schliegen. Ja, du hast Lust. Na dann. Warum nicht? Ich hab da absolut kein Problem mit, glaub mir. Ist das gut, ey. Ich bin im Blutrausch mit Singeln, ey. Das glaubst du nicht. Oh mein Gott, ey. Das hab ich ja noch nicht gehabt. Mit Singeln, Blutrausch. Das ist schon heftig. So, sag mal, hier Mana, Fähigkeitsstärke und Mana, Angriffstempo, naja, nicht wirklich. Ich brauch andere Items. Ries, Crystal Zepter, sieht schon mal mega gut aus. Wir gehen jetzt ruhig auf den Tank. Ich muss aber auf uns warten noch. Deswegen lasse ich noch. Chill doch mal, bin doch schon da. Sing it, Baby, kommt. Ich bin es. Und da stoppt es. Und da hab ich wieder jemanden gekillt. Tada. Ich bin ein Berserker. Ich hab nicht mal meine Ulti genutzt. So. Dann komm ich jetzt mit 3K zurück. Also es läuft mega gut mit Singeln, finde ich. Man muss schon sagen, also es ist wirklich einfach die Spielerfahrung, die es macht. Ich danke auch dem Zuckerwölkchen und dem Legendary Potato. Das sind beides Diamantspieler, die mir sehr geholfen haben. Auch dem, äh, das klingt wie so eine Dankzahlung. Oh, es ist toll. Also ich danke denen, dass die mir geholfen haben, wie man richtig spielt und mir gezeigt haben, wie das geht und Tipps gegeben haben, wie man am besten was macht. Das ist, das ist, das hilft einfach ungemein. Das ist krass. Es ist wirklich krass, wie sowas hilft. Macht die da eigentlich? Mischen, mischen, schwingen, mischen. Äh, Schätzchen. Was immer machst du da? Ich weiß, du kannst dich nicht besonders leiden, aber du musst mir deswegen ja nicht mehr oder weniger in die Arme springen. Was macht die eigentlich? Schütteln oder nicht schütteln. So, Marumana, kommt es aus. Und da ist sie wieder bespielt. Oh. Da kniegt es nicht tolle. Ja, 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 schon klar. Da lief jetzt überhaupt nicht tolle. Aber überlebt habe ich es. So. Top-Land ist auch hart gepusht. Na, da kommen die beiden und tun es einstuschen. Das ist die Fiora ständig vergiftet. Sie haben nur ein, der Gift macht. Ich hoffe das nicht, aber okay. Schwingen, mischen. Die Elteste ist ja wirklich dauervergiftet. So. Du, 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 da, 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 da. steht. Äh, ich frag gar nicht erst, was das grad sollte. Ich tue euch das immer hier richtig verschieben, das nervig hier mal anzunehmen. Oh, mein Mana. Ich hab eine sehr schwache Mana-Reggeneration, merke ich gerade. Mana hab ich ohne Ende, aber eine Regeneration ist hoch. Schütteln oder nicht schütteln. Hallo, Baby. Na? Auch Spaß am Leben. Komm mal her. Nicht so, Fräulein. Ne? Nicht so. Leute. Das ist jetzt nicht so toll. Alleine hätte ich die locker bekommen. Das ist doof. Ich will nicht, dass andere helfen. Määääääääääää. Leute. Gefällt den Tower. Leute. Gefällt den Tower. Leute. Gefällt den Tower. Leute. Gefällt den Tower. Ähm. Okay, bis nach dem Tod. Der Gegner hat einen Turm zustellt. Report Milf. Äh, MF. Okay, äh, machen wir. Alles klar. Ne, mach natürlich nicht. Ich report keinen Leute, weil sie schlecht spielen. Jaaa. Terminator ist wieder, und, 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 und. Und Ruge. Keine Ahnung. Hallo! Komm zu Papi! Ja ja, schon klar! Who are they can? Ouch! Ja, da kann der Volleyball ja nichts dagegen machen. Und... Da kommt der Kani und... Sie killt! Sie nicht! Sooo... Ich habe mittlerweile 3,4... Es steht 559... Ich habe also keine weiteren Kills gemacht. Es ist noch ganz annehmbar mein Score. Habe aber auch schon besseres gesehen. Ich glaube ein Dornenpanzer wäre das passende Item. Wir haben jetzt... Ich bin doch ganz schön... Und dann... Und dann... Und dann... Du kommst jetzt auf der Stelle zu mir, hast du mich verstanden, Lady? Nicht so, Fräulein, ne? Nicht so. Aua, Autsch, Aua, Waren da nicht noch grad welche von uns? Anscheinend doch nicht, Stop Flaming, was, Stop Flaming and Play the Game, I don't flammer, Aua, Aisaiti, Ralli, oh mein Gott, wenn du solchen Leuten zuhörst, du kannst echt in den Kopf greifen, ne? I think this shit so hardcore. Ich glaube aber, ja, dass ich Magie resistent noch brauche. Nein. Obwohl, ich hole mir die Rüstung, fast schon, ich hole mir das Ding jetzt. Verloren. Nein, sie haben aufgegeben. Ja, okay, das Spiel veröffentliche ich trotzdem, vielleicht sogar, mache ich ab jetzt, äh, ganze Folgen. Das wird wahrscheinlich jetzt immer so laufen, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, wie viele Displays ich habe, werde ich noch ganze Folgen raushauen. Oh, deswegen lebe ich grad ein bisschen mehr auf, wir schauen mal, was das so wird und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde. Adios, bis zum nächsten Mal, und Miss Fürtschen tanzt euch und tanzt ihr Brüste, äh, Pistolen. Was? Ich geh lieber, tschüss. Und dann?